Hallo und herzlich willkommen zum Thea-Podcast, der Podcast für ganzheitliche Medizin und Hypnose. Mein Name ist Dorothea Leinung, ich bin ganzheitliche Ärztin, Hypnose-Therapeutin, Gesundheitsmentorin und deine Gastgeberin. Ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist und in der heutigen Episode erwarte dich ein sehr, sehr wichtiges Thema, das häufig ziemlich außer Acht gelassen wird, wenn es um die Behandlung von Beschwerden von Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel dem Hashimoto geht, nämlich der Blutzuckerspiegel. Deshalb gehe ich heute darauf ein, warum ein Blutzuckerspiegel mit vielen Spitzen sehr problematisch für deine Hashimoto sein kann, wodurch diese Blutzuckerspitzen entstehen können und was du am besten dagegen machen kannst. Weiterführenden Informationen zum Blutzuckerspiegel sowie die Referenzen zum heutigen Thema findest du wie immer auf meinem Blog unter www.dorothea-leinung.com. Außerdem kannst du mithilfe eines ganz einfachen Selbsttests schnell herausfinden, ob auch du zur Risikogruppe mit vielen Blutzuckerspankungen gehörst. Klicke dazu einfach auf den Link in den Shownotes, lade den Test 100% kostenlos herunter und innerhalb weniger Minuten weißt du Bescheid. Und wenn auch du dir auf deinem Weg in die Gesundheit ganzheitliche Unterstützung wünschst und Lust hast, auch mal ungewöhnliche Wege zu gehen und die Macht deines Unterbewusstseins nutzen willst, dann kontaktiere mich für ein kostenloses Erstgespräch über meine Website www.dorothea-leinung.com. Ich freue mich auf dich. So, jetzt geht's aber los. Viel Vergnügen mit der heutigen Folge. So, willkommen zurück. Ja, gerade von meinen Hashimoto-Klienten werde ich auch oft gefragt, sag mal Du, gibt es eigentlich irgendetwas, was ich machen kann, damit es mir sofort besser geht. Ja, und klar, das gibt es. Meiner Erfahrung nach haben besonders drei Dinge einen entsprechenden Impact auf den Verlauf eines Hashimoto. Nämlich erstens, lass das Gluten weg. Zweitens, schmeiß die tierischen Milchprodukte von deinem Essensplan. Und drittens, sorge für einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel, der ohne große Schwankungen und Spitzen auskommt. Und tatsächlich ist das Thema Blutzuckerspiegel das, was bei Automunerkrankungen und hier besonders beim Hashimoto ein echter Gamechanger sein kann und interessanterweise von vielen Therapeuten und Ärzten noch immer relativ stark vernachlässigt wird. Vielleicht kennst Du das von Dir ja auch. Mehrmals täglich entwickelst Du ziemlich heftige Heißhungerattacken auf Süßes. Oder vielleicht auch kohlenhydratreiches Essen. Bist Du dabei bisweilen sogar ziemlich ungemütlich, wenn Du nicht gleich das Gewünschte bekommst. Und by the way, Diva ist hier dann wahrscheinlich noch eine Untertreibung. Ja, das sind dann genau die Symptome für Blutzuckerschwankungen. Geht der Blutzucker rauf, ist erstmal alles fein, Du fühlst Dich kurze Zeit sehr wohl. Das hält aber dann leider nicht lange Zeit an, denn so schnell wird der Blutzucker durch die konsumierten, kurzkettigen Kohlenhydrate, sprich Zucker und Co. hochgegangen ist, rauscht er durch das ausgeschüttete Insulin auch wieder ab. Es kommt dann zu Berg- und Talfahrten, damit zu ziemlich heftigen Gemütsschwankungen, teilweise sogar Wutausbrüchen, oft vielleicht auch begleitet von Zittern, Schwitzen und Herz-Kreislauf-Attacken. Und wenn Dich das jetzt an einen Drogenentzug erinnert, wie Du ihn vielleicht aus Filmen kennst, dann liest Du gar nicht so falsch. Denn Zucker ist letztlich auch nichts anderes als eine Droge. Und das Blöde an dieser Droge ist, dass sie nicht nur die beschriebenen Symptome verursacht und Dich versklavt, sondern dass sie auch Deine Nebennieren schwächt und zu einem Anstieg Deiner Schilddrüsen-Antikörper führt. Aber bevor wir zum Eingemachten kommen, kurz zu den Basics. Was passiert eigentlich bei der Blutzuckerregulation? Also Glucose gelangt ja nach dem Verzehr von Kohlenhydraten über den Dünndarm in den Blutkreislauf. Die Bauchspecheldrüse produziert daraufhin Insulin, um den Blutzuckerspiegel unter Kontrolle zu halten, indem sie nämlich überschüssige Glucose in Glykogen umwandelt und zur Speicherung in die glatte Muskulatur und die Leber leitet. Dieser Vorgang läuft bei einer ausgewogenen Ernährung relativ smooth ab. Du hast da zwar auch ein gewisses Auf und Ab, aber keine totalen Ausreißer oder so achterbahnartige Blutzuckervorläufe. Anders ist es allerdings, wenn wir große Mengen an Zucker zu uns nehmen und also mit kohlenhydratreichen Lebensmitteln vollstopfen, wie zum Beispiel Süßigkeiten, Weißbrot, Nachtisch, aber auch Getreide und stärkehaltigen Gemüse. Denn dann muss die Bauchspeicheldrüse größere Mengen Insulin ausschütten, um den Blutzuckerspiegel wieder abzusenken. Diese Insulinschübe können dazu führen, dass der Blutzuckerspiegel richtig stark abrauscht. Und das wiederum führt dazu, dass du Heißhunger auf weitere kohlenhydratreiche Lebensmittel bekommst. Ein Teufelskreis sozusagen. Tja, und damit hast du dann eine wunderschöne Berg- und Talfahrt deines Blutzuckerspiegels mit entsprechendem Stress für deinen Körper. Und so kommt es dann zu den klassischen Symptomen eines außer Rand und Band geratenen Blutzuckerspiegels, nämlich Müdigkeit, Erregungs- und vielleicht auch Angstzustände, Schlaflosigkeit, Depressionen, Konzentrationsstörungen und ja, sogar chronische Schmerzen. Vielleicht kommt dir das ja bekannt vor. Und falls ja, dann kann ich dich vielleicht dahingehend ein bisschen trösten, du bist damit nicht allein. Denn diese Beschwerden betreffen tatsächlich Tausende von Menschen. Was hat denn das Ganze jetzt mit Hashimoto zu tun? Dazu rufen wir uns vielleicht nochmal ins Gedächtnis, was die Schilddrüsenhormone so alles machen. Denn sie wirken ja auf den gesamten Körper und somit auch auf andere Hormonsysteme. So fördern sie zum Beispiel die Ausschüttung des Wachstumshormons STH durch die Hypophyse, greifen wir den Glucosestoffwechsel ein über die Steigerung der Insulinfreisetzung aus der Bauchspeicheldrüse und regen zudem die Tätigkeit der Nebenniere an, wodurch wiederum der Gesamtstoffwechsel beeinflusst wird. Das heißt also, wenn du, wie beim Hashimoto, zu wenig Schilddrüsenhormone hast, dann funktioniert der geschmeidige Ablauf von Insulinausschüttung und Zuckeraufnahme in die Zellen nicht mehr so, wie er soll. Und es kann dadurch sowohl zu Blutzucker als auch Insulinspitzen kommen, sowie letztlich dann auch zur Insulinresistenz der Zellen. Und so kommt es dann, dass eine kohlenhydratreiche Fehlernährung an dieser Stelle noch viel härtere Folgen hat als normal. Denn das führt zu massivem Stress. Und dieser Stress sorgt den Nebennieren dafür, dass sie erhöhte Mengen an Stresshormonen, nämlich Cortisol, ausschütten, was wiederum zu einer erhöhten Produktion von Entzündungsmediatoren und damit einer verstärkten Immunreaktion führt. Und diese Reaktionskette führt letztlich dazu, dass du dann Symptome wie chronische Müdigkeit, Stimmung, Schwankung und erhöhte Schilddrüsen-Antikörper entwickelst. Die Stabilisierung des Blutzuckerspiegels ist deswegen ein so wahnsinnig wichtiger Faktor, um zusätzlich auch die Nebennieren vor übermäßigen Stress zu schützen und darüber auch wiederum die Schilddrüsenheilung zu unterstützen. Damit du darüber nämlich deine Energie, deine Stimmung, deine Gehirnfunktion und auch letztlich dein Körpergewicht positiv beeinflussen kannst. Woran erkennst du denn jetzt Schwankungen des Blutzuckerspiegels? Also, wenn du an einem Hashimoto leidest, dann sind Blutzuckeranomalien sehr häufig und viele Menschen mit Hashimoto weisen im Frühstadium eine Hypoglykämie, also eine Unterzuckerung auf. Also es passiert nicht selten, dass Hashimoto-Betroffene dann Blutzuckerwerte von so 45 oder 50 Milligramm pro Deziliter zeigen. Und der Normalwert beginnt erst so ab 65 Milligramm pro Deziliter nüchtern Blutzucker. Die Folge ist dann natürlich, dass du dich total schlapp fühlst, dir ist schwindelig und vielleicht hast du sogar Schweißausbrüche und Angstzustände. Und nur um das nochmal zu vervollständigen, damit du auch weißt, wann du eventuell unter einem niedrigen Blutzuckerspiegel leidest. Andere Symptome können hier zum Beispiel auch sein, dass du vergesslich bist, dass du kalte Gliedmaßen hast, dass du gereizt bist, dass du totalen Jap auf zuckerhaltige Nahrungsmittel bekommst und dass du vielleicht auch total nervös wirst. Solltest du jetzt solche Symptome an ihr festgestellt haben, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kannst du das jetzt verifizieren, dass dein Blutzucker tatsächlich aus dem Gleichgewicht geraten ist? Und das geht eigentlich ganz einfach, indem du deinen Blutzucker nämlich selber misst. Wie machst du das? Heutzutage eigentlich kein Problem mehr. Du kannst dir nämlich eins dieser handelsüblichen Blutzuckermessgeräte zulegen. Die kosten heute nur noch ein paar Euro. Und dann nimmst du einfach so eine Mini-Blutprobe aus deiner Fingerkuppe. Das ist ein kleiner Pieks, da kommt aber genug Blut raus, um deinen Blutzucker zu messen. Und das machst du dann zu verschiedenen Zeitpunkten während des Tages. Und ich würde dir folgendes Vorgehen empfehlen. Du misst morgens erstmal deinen nüchternen Blutzucker. Das heißt, du misst den Blutzucker vor der ersten Mahlzeit des Tages. Und zwar nachdem du so acht bis zehn Stunden gefastet hast. Also quasi, du nimmst abends eben deine letzte Mahlzeit zu dir. Dann schläfst du ganz normal. Und dann am nächsten Morgen, bevor du eben frühstückst, testest du einfach dann deinen nüchternen Blutzucker. Ganz einfach. So, und danach futterst du dann ganz normal die Mahlzeit, die du sonst auch zum Frühstück zu dir nimmst. Notierst dir, was du gegessen hast. Und dann misst du nach 30 Minuten wieder deinen Blutzucker. Und das machst du so circa über vier Stunden verteilt immer wieder. Und das kannst du natürlich auch machen, je nachdem, welche Nahrungsmittel du zu dir nimmst, wenn du einfach gucken möchtest, wie du mit deinem Blutzucker auf diese verschiedenen Nahrungsmittel reagierst. Und wenn wir jetzt bei diesem vier Stunden Zeitraum bleiben, da ist es ganz wichtig, dass du dir einfach anguckst, wie ist da dein Blutzuckerspiegelverlauf. Und wenn ein Blutzuckerspiegel zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb dieser vier Stunden unter 70 Milligramm pro Deziliter fällt, dann könnte das tatsächlich ein Hinweis darauf sein, dass du eine reaktive Hypoglykämie hast. Ja, also sprich, dass du eine Unterzuckerung kriegst. Und in diesem Fall wäre es ganz sinnvoll, wenn du dann einmal deinen Arzt darauf ansprichst, was es da für Behandlungsmöglichkeiten gibt. Was sind denn jetzt Faktoren, die zu einem Ungleichgewicht des Blutzuckerspiegels führen können? Also, das Risiko für ein Ungleichgewicht des Blutzuckerspiegels ist höher, wenn bei dir bestimmte Begleiterkrankungen vorliegen, wie zum Beispiel erstens ein metabolisches Syndrom. Das metabolische Syndrom, hast du bestimmt schon mal gehört, das ist eine Risikokonstellation, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Schlaganfälle und Typ 2 Diabetes erhöht. Und das metabolische Syndrom kann diagnostiziert werden, wenn drei oder mehr der folgenden Faktoren vorhanden sind. Da hätten wir zum einen niedrige HDL-Cholesterinwerte. Dann übermäßige Fettansammlung in der Körpermitte, also so dieses abdominale Fett, also das Bauchfett. Dann Insulinresistenz, wenn dein nüchtern Blutzucker hoch ist. Dann ein hoher Blutdruck. Und auch hohe Blutfette in Form von Triglycerin. Dann zweitens kann ein Typ 2 Diabetes natürlich auch zu einem Ungleichgewicht des Blutzuckerspiegels führen. Und der Typ 2 Diabetes tritt dann auf, wenn der Körper entweder eine starke Insulinresistenz aufweist. Das heißt, die Körperzellen reagieren nicht mehr so richtig adäquat auf Insulin. Oder Insulin ist nicht mehr in ausreichender Menge da und wird eben nicht mehr entsprechend produziert. Und ohne die richtige Insulinaufnahme durch die Zellen oder eine entsprechende Insulinproduktion bleibt der Blutzuckerspiegel im Körper erhöht und führt mit der Zeit halt zu einer Kaskade von Symptomen im Körper wie eben Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenschäden, die dann natürlich im Verlauf lebensbedrohlich werden können. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das sogenannte PCOS, also das polyzystische Ovarialsyndrom. Das wird häufig anhand von zwei der drei folgenden Kriterien diagnostiziert. Erstens Androgenüberschuss, zweitens Ovulationsstörung, also sprich, wenn der Eisprung ausbleibt oder nicht mehr richtig funktioniert. Und drittens zystische Eierstöcke. Häufig handelt es sich dabei um eine Ausschlussdiagnose, das heißt, andere verwandte Erkrankungen müssen erstmal ausgeschlossen werden, bevor die Diagnose PCOS gestellt werden kann. Und das PCOS kann Symptome verursachen wie Akne, Haarausfall, unregelmäßige Menstruationszyklen, ja eben auch Insulinresistenz und eben den schon beschriebenen ausbleibenden Eisprung. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann denn jetzt eigentlich der Blutzuckerspiegel wieder ins Gleichgewicht gebracht werden? Die gute Nachricht ist, die meisten Menschen mit Hashimoto und einem unausgeglichenen Blutzuckerspiegel können ihren Blutzuckerspiegel mit einfachen Anpassungen der Ernährung und des Lebensstils wieder stabilisieren. Sie müssen dafür nicht unbedingt Medikamente einnehmen. Und zu diesen einfachen Maßnahmen gehören zum Beispiel erstens Sporttreiben. Denn regelmäßige Bewegung trägt nachweislich dazu bei, dass die Körperzellen empfindlicher wieder auf Insulin reagieren, was uns dann natürlich dabei helfen kann, eine Insulinresistenz zu vermeiden und Schilddrüsen-Symptome zu verringern. Glucose ist ja die Hauptbrennstoffquelle für die Muskeln und bei mäßiger körperlicher Betätigung, zum Beispiel beim Gehen oder Spazierengehen, ziehen die Muskeln mehr Glucose aus dem Blut. Außerdem reagieren die Zellen besser auf Insulin, indem sie ihre Rezeptoren vergrößern, sodass mehr Glucose in die Zellen gelangen kann, anstatt im Blut zu verbleiben. Mit der Zeit können diese Veränderungen deinen Blutzuckerspiegel dann tatsächlich effektiv senken. Und wichtig an dieser Stelle zu erwähnen ist, moderate Bewegungseinheiten reichen hier völlig aus. Und es ist darüber hinaus auch wichtig, mit dem Sport tatsächlich nicht zu übertreiben. Denn wenn du dich hier überforderst, dann kann das wiederum dazu führen, dass dein Körper wieder mehr Cortisol produziert, was wiederum den Blutzucker in die Höhe treibt. Geeignete Sportarten sind hier daher sowas wie Nordic Walking oder auch Schwimmen, Yoga oder eben ganz einfach spazieren gehen. Zweite Möglichkeit, achte auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Also ausreichend Wasser oder ungesüßten Tee zu trinken, kann nämlich auch helfen, den Blutzuckerspiegel im Gleichgewicht zu halten. Eine Studie aus dem Jahr 2011 konnte nämlich zeigen, dass ein erhöhter Wasserkonsum das Auftreten von Hyperglykämie, also Überzuckerung und nachfolgendem Diabetes, sogar verhindern oder verzögern kann. Teilnehmer, die mehr als ein Liter Wasser pro Tag zu sich nahmen, hatten ein um 28 Prozent geringeres Risiko, eine neu auftretende Hyperglykämie zu entwickeln, als diejenigen, die weniger als 500 Milliliter Wasser pro Tag tranken. Die Forscher wiesen auch auf das Hormon Vasopressin hin, das bei Dehydration ansteigt und als möglicher Risikofaktor für Hyperglykämie und Diabetes gilt. Und auch wenn die Studie nur begrenzt aussagekräftig war, kamen die Autoren doch zu dem Schluss, dass eine erhöhte Wasseraufnahme die Wahrscheinlichkeit eines erhöhten Vasopressin-Spiegels verringern könnte. Außerdem hilft eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr auch dabei, überschüssige Glucose auch über die Nieren leichter auszuscheiden und damit den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Eine dritte Möglichkeit, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren, sind Maulbeerblätter und Zimt. Deshalb reichere Deinen Speiseplan mit weißen Maulbeerblättern an und verwende außerdem regelmäßig Zimt, zum Beispiel in einem morgendlichen Mackergetränk, denn beides hat eine blutzuckerregulierende Wirkung und hilft Dir dabei, Blutzuckerspitzen zu glätten. Und ja, eine weitere sehr, sehr wichtige Maßnahme ist auch ausreichend guter Schlaf. Denn guter Schlaf ist wichtig für das Gleichgewicht des Blutzuckers und die Insulinempfindlichkeit. Schlafmangel beeinträchtigt die Stoffwechselhormone, einschließlich des Wachstumshormons und erhöht außerdem den Cortisolspiegel. Da haben wir es wieder. Und diese hormonellen Ungleichgewichte können letztlich den Insulinspiegel wiederum stören und gleichzeitig den Appetit und das Verlangen nach kohlenhydratreichen Lebensmitteln steigern, die den Blutzuckerspiegel wieder ansteigen lassen. Ja, du kannst natürlich auch noch den Blutzuckerspiegel mit der Ernährung ausgleichen. Das ist sogar ein sehr, sehr effektiver Weg. Und das machst Du am besten so, indem Du Lebensmittel zu Dir nimmst, die einen nicht zu hohen glykämischen Index haben. Denn der glykämische Index ist ein Maß dafür, wie schnell ein Lebensmittel von unserem Körper aufgenommen wird. Man kann ihn auch als Verbrennungsrate bezeichnen. Also, wie schnell wir den Treibstoff verbrennen, den wir aus diesen Lebensmitteln erhalten. Die Konzentration auf Lebensmittel mit niedrigem glykämischen Index, und wir sprechen hier von einem glykämischen Index von weniger als 55, kann den Blutzuckerspiegel tatsächlich effektiv ausgleichen. Und zu diesen Lebensmitteln gehören zum Beispiel Fleisch, Nüsse, Samen und einige Vollkornprodukte. Früchte mit wenig Fruchtzucker, also saure Früchte, wie zum Beispiel Grapefruit, Limetten, Preiselbeeren oder Zitronen, haben übrigens auch einen niedrigen glykämischen Index. Lebensmittel mit einem glykämischen Index von über 55 gelten dagegen als Lebensmittel eben mit einem hohen Index und sind zum Beispiel verarbeitetes Getreide, natürlich Zucker, stärkhaltiges Gemüse wie Kartoffeln und süße Früchte wie Wassermelone. Im Blogartikel auf meiner Website findest du einen Link, unter dem du den glykämischen Index von Lebensmitteln leicht nachschauen kannst. Da kannst du nochmal genau nachgucken und auch abgleichen mit den Lebensmitteln, die so auf deinem täglichen Speiseplan stehen und eventuell Anpassung vornehmen. Was nämlich in diesem Zusammenhang wichtig ist, Lebensmittel mit hohem glykämischen Index treiben natürlich den Blutzuckerspiegel schnell in die Höhe. Und das führt halt auch, also so ein schneller Anstieg führt natürlich auch dazu, dass der Blutzucker dann nach spätestens einer halben Stunde auch wieder richtig dramatisch abfallen kann. Und das macht dann eben diese Spitzen mit den beschriebenen Symptomen, wie eben Heißhungerattacken und Gereizheit und so weiter. Und wenn du da hingegen Lebensmittel konsumierst, die einen niedrigen glykämischen Index haben, dann hast du natürlich auch einen geringeren Blutzuckeranstieg. Und wenn du einen geringeren Anstieg hast, dann hast du auch wieder einen geglätteteren Abfall des Blutzuckerspiegels und damit dann eben auch deutlich weniger Symptome. Und das Ganze kannst du noch unterstützen, indem du mehr gesunde Fette und Proteine zu dir nimmst, weil diese nämlich langsamer verbrannt und langsamer und auch allmählicher vom Körper aufgenommen werden. Und das bedeutet wiederum, dass du erst zwei bis drei Stunden nach dem Verzehr von Eiweiß und circa vier Stunden nach dem Verzehr von Fett erst wieder hungrig bist. Das heißt also, eine kohlenhydratarme Ernährung mit niedrigem glykämischen Index sorgt für ein längeres Sättigungsgefühl, verbessert den Cholesterin- und Blutzuckerspiegel, steigert die kognitive Leistungsfähigkeit, also dein Denken und deine Konzentration, erhöht außerdem deine Energie und verbessert deine Haut, weil es nämlich die Akne-Wahrscheinlichkeit reduziert. Außerdem verringert sie auch das Risiko, an Diabetes, Herzkrankheiten und einigen Krebsarten zu erkranken und fördert gleichzeitig die Gewichtsabnahme bei übergewichtigen Menschen. Viele Menschen mit Hashimoto berichten von einer deutlichen Besserung der Laune, einer erheblichen Steigerung ihrer Energie und dadurch letztlich auch mehr Erfolg beim Abnehmen. Wie kann man denn jetzt den Blutzuckerspiegel effektiv in den Griff bekommen? Dazu gibt es jetzt hier ein paar praktische Tipps dazu, wie du das halt auch in deinen Alltag integrieren kannst. Und dazu gehört zum Beispiel, dass du zu jeder Mahlzeit Fett und Eiweiß zu dir nimmst, was ich eben gerade schon sagte. Also, dass du schaust, dass du die kurzkettigen Kohlenhydrate reduzierst und möglichst hochwertige Fette und Proteine zu dir nimmst. Und gute Quellen sind hier zum Beispiel Eier, Nüsse, Samen, Fisch und Fleisch. Ein anderer Punkt ist, dass du so circa alle zwei bis drei Stunden tatsächlich isst. Also so kleine kohlenhydratarme Snacks zwischen den Mahlzeiten und vor dem Schlafen gehen können tatsächlich dabei helfen, den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und die Hashimoto-Symptome zu kontrollieren. Außerdem ist es wichtig, dass du Fruchtsäfte vermeidest, weil die meisten Fruchtsäfte tatsächlich extrem zuckerhaltig sind und damit deinen Blutzuckerspiegel in die Höhe peitschen und damit entsprechend eben auch deinen Insulin anregen. Eine andere wichtige Maßnahme ist die Einschränkung deines Koffeinkonsums. Ich habe ja vor einiger Zeit eine Folge zum Koffein gemacht und habe dir auch dazu erzählt, wie Koffein deinen Hashimoto beeinflusst. Und es ist in der Tat so, wenn du Koffein zu dir nimmst, dann regt das im Allgemeinen deine Nebennieren an, Stresshormone zu bilden. Und das wiederum treibt deinen Blutzuckerspiegel in die Höhe, was wiederum diesen Kreislauf des Ungleichgewichts in Gang setzt. Und das wollen wir natürlich nicht. Und wenn du zum Koffein noch ein bisschen mehr wissen möchtest, dann liest dir gerne meinen Blogartikel dazu durch, beziehungsweise hör dir auch gerne die Podcast-Folge dazu nochmal an, weil da rede ich nochmal ganz intensiv über Koffein bei Hashimoto. Außerdem würde ich dir empfehlen, deinen Getreidekonsum zu reduzieren. Also nicht nur wegen des Glutens, sondern einfach auch, weil viele Getreidesorten eben auch deinen Blutzuckerspiegel in die Höhe treiben. Und das führt dann halt auch wieder zu Ungleichgewichten. Deswegen solltest du auch hier vorsichtig sein mit deinem Getreidekonsum. Und last but not least auch ein ganz wichtiger Tipp und den wirst du sicherlich schon von deiner Oma gehört haben. Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Deswegen solltest du es nicht ausfallen lassen. Und das ist halt auch für den Blutzuckerspiegel sehr, sehr wichtig. Weil wenn du gerade das Frühstück ausfallen lässt und dann erst irgendwie das Mittagessen als erste Mahlzeit des Tages zu dir nimmst, dann kannst du halt auch in eine Unterzuckerung reinkommen, was wiederum ein Teufelskreislauf lostreten kann. An dieser Stelle sei auch noch erwähnt, dass es einige Kräuter, Gewürze, Mineralien, Vitamine und andere Nahrungsergänzungsmittel gibt, die in Verbindung mit einer richtigen Ernährung tatsächlich zur Stabilisierung des Blutzuckerspiegels beitragen können. Ich nenne jetzt hier im Podcast lediglich eine Auswahl. Noch mehr Infos dazu findest du in meinem Blogartikel auf meiner Seite. Deswegen schau da gerne auch nochmal vorbei. Und lass uns mal starten mit dem Magnesium. Magnesium ist ja für vieles gut und tatsächlich auch bei der Stabilisierung des Blutzuckerspiegels, denn es hat sich auch hier gezeigt, dass ein Nährstoffmangel zu einem Ungleichgewicht des Blutzuckerspiegels beiträgt. Und Magnesiummangel wurde mit einem höheren Diabetesrisiko in Verbindung gebracht. Also es hat sich in der Studie sogar gezeigt, dass die Personen mit der höchsten Magnesiumzufuhr ein um ca. 47% geringeres Risiko hatten, an Diabetes zu erkranken. Daher kann tatsächlich die Einnahme von Magnesium zur Stabilisierung deines Blutzuckerspiegels beitragen. Ein anderer Stoff ist Chrom. Der Mineralstoff Chrom ist am Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel beteiligt und trägt ebenfalls zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels bei. Ein Mangel an Chrom kann zu einer erhöhten Unverträglichkeit von Kohlenhydraten führen, weshalb es wichtig ist, den Verzehr von Lebensmitteln mit hohem Chromgehalt tatsächlich zu erhöhen. Und zu diesen Lebensmitteln gehören beispielsweise Eigelb, Nüsse, grüne Bohnen, Brokkoli und Fleisch. Ein anderer Stoff ist Thiamin. Thiamin ist ja eins der B-Vitamine, also bekannt als Vitamin B1. Und seine Hauptaufgabe besteht darin, Kohlenhydrate in Energie umzuwandeln. Und es hilft auch bei der Verdauung von Proteinen und Fetten. Und zu den Nahrungsquellen für Thiamin gehören angereichertes Getreide, Rinderleber und Schweinefleisch, sowie Eier, Hülsenfrüchte und Erbsen, Nüsse und Samen. Die meisten dieser Lebensmittel sind in der Palio- und Autoimmun-Palio-Diät eingeschränkt und viele Menschen mit Hashimoto-Syndrom leiden unter einem Mangel und können Kohlenhydrate weniger gut aufspalten und aufnehmen. Und aus diesem Grund macht es tatsächlich Sinn, sich Thiamin als Bestandteil des Vitamin-B-Komplexes, als Supplement, zuzuführen. Kommen wir noch zum Carnitin. Carnitin ist eine Aminosäure, die im Körper produziert wird und sie hilft beim Transport von Fettsäuren in die Mitochondrien, wo sie verbrannt oder als Brennstoff verwendet werden können. Studien an Menschen und Tieren haben gezeigt, dass eine Carnitin-Supplementierung tatsächlich zu einer Verbesserung der Glucosetoleranz führen kann, insbesondere bei Insulinresistenz. Und last but not least möchte ich natürlich auch das gute Zink jetzt nicht auslassen. Zink ist nämlich für die Synthese, Speicherung und Ausschüttung von Insulin entscheidend. Es trägt dazu bei, die B-Zellen in der Bauchspeicheldrüse vor Schäden zu schützen und wurde sogar auf seine Fähigkeit untersucht, die Expression von Genen zu beeinflussen, die mit Diabetes in Verbindung stehen. Also du siehst, es gibt eine Menge von Stoffen und wie gesagt, im Blogartikel stehen noch viel mehr. Da kannst du nochmal in aller Ruhe nachlesen, was es da sonst noch für Stoffe und Vitamine gibt, mit denen du deinen Blutzuckerspiegel entsprechend ausbalancieren kannst. Und es gibt natürlich auch blutzuckerfreundliche Lebensmittel, die du konsumieren kannst und auch solltest, wenn du deine Blutzuckerspitzen etwas glätten möchtest. Und dazu gehören zum Beispiel die Kokosnuss, Avocados, Chiasamen, Eier, Eiweiß, aber auch noch einige mehr. Also wenn du da noch eine ausführlichere Liste haben möchtest, dann schau, wie gesagt, gern in den Blogartikel auf meiner Website. So, fassen wir das Ganze jetzt nochmal kurz zusammen, weil es waren ja jetzt wieder viele Informationen. Also wenn du deine Blutzuckerspitzen glätten möchtest, dann ist es wichtig, dass du dich von einer kohlenhydratlastigen Ernährung verabschiedest und mehr Lebensmittel zu dir nimmst mit einem niedrigen glykämischen Index, einschließlich reichlich gesunder Fette und Proteine. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das nicht nur dein Blutzuckerspiegel glättet, sondern dich eben auch länger satt hält. Und was außerdem wichtig ist, ist, dass du anfängst, ein Buch zu führen über deine Symptome, also dass du genau schaust, auf welche Lebensmittel du wie reagierst. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn du eben deinen Blutzuckerspiegel anfängst zu dokumentieren, damit du eben auch ganz genau weißt, aha, auf das Lebensmittel habe ich jetzt mit einer erheblichen Blutzuckerspitze oder so reagiert. Deswegen macht es Sinn, tatsächlich einige Zeit lang die Lebensmittel, die du konsumierst, zu dokumentieren. Mit einem ausgeglichen Blutzuckerspiegel, und das wirst du sehen, kannst du eigentlich fast sofort eine Verringerung deiner Schilddrüsenantikörper und auch eine Verbesserung deines Energieniveaus feststellen. Also das geht bei vielen tatsächlich innerhalb weniger Tage. Und das sollte bei dir, wenn du es konsequent umsetzt, tatsächlich auch so sein. Und was ich gerade schon sagte, du kannst diesen ganzen Prozess unterstützen, indem du zum Beispiel mehr Zimt auf deinen Speiseplan aufnimmst und auch deinen Ernährungsplan mit Magnesium, Chrom, Thiamin und Carnitin und noch einigen weiteren Stoffen, die du auch noch auf meinem Blogartikel findest, anreicherst, weil das unterstützt den ganzen Prozess erheblich. Blutzuckerentgleisungen können ein erhebliches Problem für Hashimoto-Betroffene darstellen, aber wenn du deine Ernährung als Medizin einsetzt, dann ist sie tatsächlich ein einfacher und natürlicher Weg, deine Schilddrüse wieder ins Gleichgewicht zu bringen, die Schilddrüsenbeschwerden zu reduzieren und dir dabei zu helfen, dich ganz schnell besser zu fühlen. Schreib mir doch gern unter den aktuellen Posts auf Instagram unter at drmedorothaleinung, welche persönlichen Erfolge du mit diesen Tipps erzielt hast oder schreib mir auch gern auf YouTube im Kommentarteil. Ich freue mich. Und wenn auch du unter chronischen gesundheitlichen Problemen leidest, bei denen die klassische Schulmedizin nicht weiterkommt und du dir hier ganzheitliche und individuelle Begleitung wünschst, dann kontaktiere mich. In meinen medizinischen Hypno-Mentorings nehme ich mir ganz viel Zeit für dich, lasse meine gesamte ärztliche Erfahrung aus fast 20 Jahren medizinischer Tätigkeit einfließen und begleite dich ganzheitlich in die Beschwerdefreiheit. Also nimm sehr gerne Kontakt zu mir auf. Außerdem freue ich mich, wenn du die heutige Folge mit anderen interessierten Menschen teilst und mir bei iTunes eine positive Bewertung darlässt. Vielen Dank. Hab noch einen fantastischen Tag, worüber du gerade bist. Und vergiss nicht, du bist göttlich. Deine Doro Und vergiss nicht, du bist göttlich.